Bis Leute, um was geht ab, herzlich willkommen zu Wolf, zu Artin Brust, Leute, Entschuldigung. Ja Leute, heute werden wir Artin Brust pranken, er kommt jetzt von wo? Und wir werden ihn jetzt so hart pranken, total Zerstörung, total lustige Zerstörung. Versteck eins. So Leute, warten jetzt auf ihn, er muss bald kommen, er muss bald kommen. Und dann werden wir ihm anschauen, was er macht. So, ich zeig's euch dann, was er... Er kommt schon drüber. Er kommt schon, glaub ich. Wartet, schon mal. Ach, er ist schon da. Wir werden jetzt noch warten. Er ist da, er ist da, er ist da. Leute, er ist schon da. Oh nein. Mein Gott, Leute. Oh nein. Artin Brust? Er kommt in der Küche. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Oh mein Gott, er kommt schon. So. Bitte, da ist der. Er ist da. Er ist da. Du schmalkst mal, Christian. Oh mein Gott. Er ist da. So. Ich denke, wir rütteln. So. Wie ist das? Warte. Du schmeißt wieder draussen. So. Oh mein Gott. Leute, es ist so gut. So. Ich werde die Kamera positionieren. Äh, wirklich? Claudia. Ähm. Wir müssen morgen verschieben, sind krank. Liebe Grüße, Claudia. Äh. Ja, Claudia. Oh shit. Okay, dann. Das war ich nicht. Ich hau nicht so an, eurer Pisser. Das war ich nicht. Idiot. Du bist ja voll drauf. Mein Gott. Was war's? Die ist so lütend. Also ja, Claudia, uch. Das ist jetzt mal krank. Ja shit, okay. Macht eh nix, Claudia. Okay, dann. Ja, nichts. Schade. Dann in zwei Wochen. Nächste Woche nämlich zuhause. Und dann übernicht's Wandel. Komm, ich werde dann wirklich. Und dann gehen wir uns treffen. Dann schreib mal zwei Stunden davor. Ja. Ja, pass. Schreib mir so. Ja, pass. Dann bis. Wie können Sie morgen noch schreiben? Oder ich schreib dann schon hinterher. Komm, ich schreib dann. Oh shit, man. Oh shit, man. Das ist ja logisch. Du bist ja nicht schopst. So!